So, jetzt fährt die S-Bahn los, geht um den Abstellen gleich. Denk ich mal, oder sowas. Aber es wird schon ein bisschen schneller. So, drüben kommt schon der alte S-Bahn, das sehe ich schon mal. Das ist der S-6 Richtung Ebesberg. Deswegen sehe ich auch mal den alten S-Bahn mal wieder. So, kurz Pause, dann bis gleich. So, jetzt fährt der alte S-Bahn los. S-6 Richtung Ebesberg. Mal schauen, was noch kommt. Ja, wir haben auch mal schnell kommen. Tschüss, dir dein alter S-Bahn, tschüss. Jetzt kommen wir zu einem E-Tirean. Jetzt kommt er. Schaut euch, das ist der Zug, mit dem wir jetzt fahren. Ja. Nicht so Rosenzahn. Mhm. Dann müssen wir es umsteigen und immer wieder zurück. Ja. Ich gehe dann, bis später Leute, tschüss.